hallo und herzlich willkommen hier zurück zu star wars battlefront commander nachdem die letzte folge im prinzip nur verteidigen war und wir nichts richtig geschafft haben doch ich habe ein bisschen ich habe ein bisschen euch von irgendwas erzählt wir haben eigentlich wir haben echt nichts geschafft deshalb werde ich jetzt so lust angreifen und hier wollte ich geld haben ich habe naja deshalb takken ich sehe es mal so wir werden jetzt das bisschen was jetzt vernichten hallo das imperium ist hier das noch eigentlich viel zu sehr nach republik aussieht die empire anders gesagt mr unfähig wir wollen diesen kriegen nur weil ich natürlich das konnte übernommen haben wir sind allein gut stehen so was du machen außer lustig aussehen mit seinen lustigen geschütztürmchen und die dinger hören sich an wie die x wings das ist anders sagt hau rings sind nur kombinationen auch und tie wings an sound so bist du bald mal soweit so danke zack 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 komm komm danke was machst du denn da was gib mir nochmal die jäger mir fehlt hier zum teil auch an die taktische tiefe einfach mal einheiten zu sagen ihr sollt jetzt nur jäger angreifen jetzt so zum beispiel jäger auf anti jäger modus oder so nicht gegner jagen weil gegner jagen ist ja viel zu allgemein da würden sie ja jeden jagen ich meine dann so ein modus jagd so konnte wer auch lustig zur flotten formation auch gut waren schon gewann so flotten formation jäger beschützen die kreuzer und fliegen im prinzip so parallel zu denen alles was in denen in die nähe kommen angreifen ja das könnte man mit vielleicht mit gard realisieren was es ja hier auch gibt aber dafür es gibt halt keine formations flüge ach cool ähm ne habe ich da unten ich will kurz ich will kurz bodentropen bauen wartet mal wartet mal wartet mal hier werden schon bodentropen gebaut weil wir ja immer noch ach hier brauche ich auch schon ganz so ich vermische man habe ich nicht irgendwo auch tonnenweise infanterie geholt ach hier ist ein paar sturmtruppen hier sind wir nicht denn zwei stunden weil die sturmtruppen die hier hocken kann ich kriege ja nicht weg oder kriegt die nach hier kriege ich nicht brauche ich hypo riefäuer im übrigen konstruktion konstruktion complete starcruiser hier ich brauche mir mal ein paar sturmtruppen wo ist der unterschied konstruktion complete zwei skruts zwei skruts zwei skruts pff da muss ich die teuren vielleicht bringt es was mhm natürlich gib mir mal ein paar sturmies und und so dass wir jetzt endlich mal ein bisschen kommen weil es eigentlich sollte es jetzt nicht so lange dauern ich würde am liebsten wir wollen ja fronten öffnen a4 haben wir hier was soll ich kriege ich brauche die bodentruppen und die dummen gunchips brauchen so ewigkeiten bau 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 d all bau z feلم tor watches t j so los 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 kommen Eliza start wer ist das keine sensorpings oder so ach genau die die bewohner sind ja auf unserer seite baut mal hier ja 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 aber Sturm 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 Reinforcements Enroute So Ha ha Vor allem hat er den den Sturm vollkommen Was redest du? Swamp Speed are ready Fire Hab das bald was? Das ist doch glaube ich noch was Ach genau wo ich auch noch drauf und genau auf sollte Ihr habt ja Ihr habt ja auch geschrieben Ist ja klar dass die Dass die noch Die Ne 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 Ihr sollt da raus Ihr sollt da raus Ja Ihr habt ja geschickt Ist ja klar dass die die Stimme von Klonen haben Sind ja noch Klone drin genau das war die Begründung Aber nicht dass die dann noch darüber reden Ja wie toll wir sind dass wir irgendwelche Ähm Doiden zerstören Nach den Klonen kriegen ist das eine recht dämliche Aussage Ja 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 Jetzt hätte ich Kern Boah Ernsthaft? Der hat eine Kanone Ionen Kanone hier unten und haben sie nicht benutzt Und haben sie nicht benutzt Genie Streich Manchmal benutzen die die Ja Du noch auf manchmal Los Komm Ich komm eigentlich Da Wir sehen nicht raus Trifter Na der trifft nicht schlecht So Diese komischen Die komischen Ganschen die hier mit rot dargestellt werden und hier einfach wieder schwarz Weil halt Perium ne Kann eigentlich auch mal hier hin Die glitschen auch gerne neinander Von vorne sieht der irgendwie so ganz komisch aus Mehr so wie Ich weiß nicht von wie wie sieht der von vorne aus Das ist so Das erinnert mich an irgendeine Maske aber ich weiß jetzt nicht an welche Ich kann hier schön Toll Wenn du so ready for battle bist Und pack dir ein Eis Und battle dich mit dem Mach ein Rap battle mit dem So dann werden wir gleich mal sehen ob ich hier jetzt schon Imperial Stern zerstört Ach ich hab vergessen Naboo Tech Upgrade Tech Upgrade Tech Upgrade Im Prozess Ähm Wo Ach genau ich kann die noch mal nicht weiter aufpassen Ab wann würde man sagen kann man so Ein paar von denen bauen Haben wir es bald eigentlich mal hier Ja das wird langsam Aber er ist langsam Aber wenigstens sind die Panzer ein bisschen schneller in der Produktion Ach die Ach die Die sind ready for battle das sind die Panzer Kannst du den einen Panzer Kannst du behalten Der ein Panzer kannst du behalten die ist auch schon ein bisschen größer aber immer noch dann das system muss not be compromised seek out and destroy every intruder to our system weil wir das system erhalten ich möchte ein paar geschützte aufbauen so hier hinten hätte ich gerne leser geschütze noch mal der frühe hier kommen wir gehen doch haben ich könnte eigentlich die mann tor ein bisschen aufbauen und so am liebsten wäre so ein halbkreis aber das macht wegfindungskörchen in der regel nicht mit oder besser gesagt die eine genaue positionierung macht das spiel eigentlich so ist ja kämpft das ist ja hier keine ahnung was das meine ich was die hier machen weiß ich nicht das wird euch eigentlich ein bisschen verteilen und im notfall zang technik anwenden ich möchte das kommt an die front zurück nichts wie kann die wurst das sagen muss dass er kämpfen soll los komm so einfach mal vorrücken die kuscheln auch schon wieder du einfach mal da lang der hat schon wieder ab die reaktoren kommen nicht hinterher so einfach mal als gerade von vorrücken über die seite ran was für space station du machst du einen auf speerspitze los du machst da mit greif mal den da an da der sich nicht wehrt muss ich auch noch nicht die schilder hochfahren wie bisher gesagt verstärken du greifst auch mal den an wieso kommt eigentlich immer noch mit zu wenig und da wartet er dass er gegen sechs minatoren stehen kann so das war's mit dir wiedersehen du machst auch mal mit der anker haben wir es haben wir es ach sag doch na der hat keine schilder mehr vor allem wenn wir verteidigen halt immer noch belagerten planet nicht zu vergessen boah gott der hat da auch noch ein tümpchen gebaut flieg mal dahin und mach dein tümpchen das tümpchen weg ich sollte mal die flotte verstärken wir haben hier vier schicken die rüber hatten wir nicht mal ach genau hier wollte ich auch mal komm einfach mal raus wo alter das geht mir so auf den sack mit denen das geht mir so auf den sack das könnt ihr euch nicht vorstellen system lost und da gibt es hier doch auch schon groß kommt schon wir bauen können ist das ja hier brauche ich gar nicht so lust für das habe ich gar nicht entspricht so einfach mal prästisch stehen guck doch mal und danach gehen wir gleich nach hut dabei dieser quell der rebellion der nervt und hier sollten wir auch langsamer vor und hier ist ja die boden ist ja boden ist ja boden ist ja boden ist ja boden ich hab ja jetzt so viel gunships ich hoffe ich werde das dann mit gunship only alles regeln können polis polis masser hallo censors are reporting that there is a hostile presence surrounding the planet lay waste to any forces that oppose the empire the empire strikes back fressbrett fressbrett ab dass man dann noch mal gar zu zudem da bitte und ihr auch mal gar zu dem da dann werden wir nämlich du hast deine eigene jäger als korte das ist der jäger blog da 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 ja das ist interessant war da nicht irgendwo was mit ach der ist schon tot ne ich wollte schon grad meckern wo erdings ist hier der also dass der venator und die nebulon b noch mal der kaputt über erstmal danach so das ist wie die schießbuyer jetzt habe ich den vergessen schilde zu geben verdammt den rest und das geht noch gut dem rechts geht es noch gut so jetzt kann er wieder natürlich haben jetzt hallo angreifen danke angreifen dass man denen auch immer alles sagen muss wenn ich dann eine gesellschaft wo man eigentlich mitdenken muss ich sage mir jedenfalls die ganze zeit selber denken oder mitdenken selber denkt und mitdenken das ist ja auch noch die schlimmste kombination so wir sind jetzt eigentlich schon wieder am ende des parts und haben gerade mal eine dumme welt erhobert weil die kai schon wieder anfängt hier um zu nerven also wir haben eine blutige übersehen so deshalb sage ich vielen dank fürs zuschauen gehabt euch wohl bleibt mir treu wir sehen